Am meisten nicht beneide, doppelte Verneidung, am meisten nicht beneide, die nach, nach, nach dem Zug noch sauber machen müssen. Nach, 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 nach. Ach, Kasulke. Ja, pass auf, nach, nach, nach. Können ihr jetzt mal die Füße hochnehmen hier? Herr Blötschkop, Herr Linus. Mein Gott, ihr habt das hier wieder ausgestrichen, doch. Hier sieht das aus, doch, die Hinterlassenschaft vom Hund, vom Hausmann noch, hier, doch. Mensch, ich möchte nicht wissen, wie die Kirche von den Powels aussieht, doch. und von dem Bauer mit dem Strohjahne zu reden, hier auf der Mittelbühne. Also ich könnte, es gibt wieder Überstunden, ich weiß nicht, ob ich bis zum Rosenmontagszug mal ein Fertigschwert, ne? Meine Herren, ja! Ja, da ist ein Sonntagszulager fällig. Da müsst ihr euch mal nicht so ziehen, ne? Apropos Zulager. Ich hab auch wieder ein bisschen zugelegt, ne? Seit letztens noch für meine Erwin, ich sag Erwin, ich müsste dringend was Gewicht verlieren. Dann sagt er, wie, was willst du denn abnehmen? Ich sag, ich hatte schon ein anderthalb bis zwei Kilo, hatte ich gedacht, ne? Dann sagt er, das ist genauso, wenn er nach 18 Tonnen seine Zierleiste verliert. Ja, verstehst du? Ich muss mir das dann immer bildlich vorstellen. Apropos vorstellen, ich darf das an der Stelle nochmal genau tun. Mein Name ist Kasulke. Achnes Kasulke. Ich bin die letzte Deutschsprachie-Putzfrau vor der Autobahn, ne? Letztes kommt mein Freundin zu mir, sagt er, mein Herren Achnes. Sagt er, mein Mann ist im Moment sowas von Depp prämiert. Ja, ich sag, Jude, ne Depp ist meiner auch, aber prämiert haben sie eben dafür noch nie, ne? Es ist ja, es ist ja auch nicht so einfach, ne? Ich sag immer, eine Frau braucht einen Mann, der gut aussieht, der gut kochen kann und der gut im Bett isst, ne? Man muss bloß aufpassen, dass sich die drei nie treffen, ne? Ach, Gett ist ja eigentlich ja nicht meine Bodenbelag. Ich stehe ja mehr auf Kunststoff, ne? Ist einfach pflegeleichter. Und bei der ganzen Sport, der ich mache, da stehe ich ja auch meistens auf Kunststoff. Ja, ich mache viel Sport, das glauben Ihnen mir nicht, ne? Um Jottes Willen, ne? Das war mein Aufschlag. Ich habe nämlich Tennisstunden gehabt, ne? Ja, ja wirklich, ne? Stehe ich beim Tennis, da sind die Frau Kasulke, sie dürfen die Bälle hier nicht so springen lassen. Ich sag, aber mit BH schwitze ich immer so. Ach, normalerweise schwitze ich so immer nur in den Sommerurlaub, ne? Das machen wir ja seit drei Jahren, da fliehen wir immer nach Maleworka. Oh, oh, und so. Und Urlaub geht ja am Flughafen schon los, ne? Ich laufe da so an der Terminal, ne? Da läuft mich die ganze Zeit so einem Mann hinterher. Dem hat wohl gedacht, ich merke das nicht, aber eine Frau spürt sowas, ne? Irgendwann, als mir da zu bunt wurde, habe ich mir wohl umgedreht, habe ihm zur Rede gestellt, ne? Ich sag, können Sie mir mal sagen, warum Sie mir die ganze Zeit schon hinterherlaufen? Dann sagt er, jetzt wo Sie sich umgedreht haben, frage ich mich das wohl auch, ne? Ich sag, Freundchen, mit Sie bin ich noch nicht fertig. Ich sag, wären Sie mein Mann, ich würde Sie Gift geben. Dann sagt er, wären Sie meine Frau, ich würde es nehmen. Hier. Waren Sie mal. Und dann endlich in der Flieher. Wir sitzen in der Flieher auf die Startbahn. Meinen Erwin zum ersten Mal haben wir fliehen, ne? Wir starten, wir rollen die Startbahn entlang. Wir rollen immer schneller und immer schneller. So schneller wir rollten, desto weniger Falten hatte ich, ne? Und wir sterren durch, durch die Wolkendecke. Und da kam die Durchsage von den Kapitänen. Da sagte er, sehr verehrte Damen und Herren, wir haben soeben unsere Reiseflughöhe von 9000 Metern erreicht. Das Wetter hier oben ist hervorragend. Und oh mein Gott, verdammt, nochmal! Zwei Minuten Totenstille in der Fliege. Dann Gott sei Dank die rettende Durchsage von den Kapitänen. Da sagte er, Entschuldigung, meine Damen und Herren, die kurze Störung eben, aber die Suedes hat mir eine Tasse heißen Kaffee auf meine weiße Hose vergossen. Die sollten Sie jetzt mal von vorne sehen. Da sagt mein Erwin, nur Sie sollten meine jetzt mal von hinten sehen. Oh, Kasulke! Ach, nee. Das ist so ein Mann. Also. Ja, bitte! Ach, das ist Kasulke, meine Damen und Herren. Ach, das ist Kasulke. Putz dich der Woll für uns, meine Güte. Danke, Jachnis.